Hallöchen Popelchen da sind wir auch schon wieder bei Happy Wheels heute machen wir mal wieder die Büros Level wie sortiert nach Play Count und für heute wir fangen einfach mal an mit Frozen Blocks von The Real Thing 76 bin ich mal gespannt was wir hier für ein Level haben Blockade eins von fünf ach so ja okay da werden anscheinend die die ganzen Partikel die ganzen Teile von von der Blockade eingefroren nach einer bestimmten Zeit finde ich persönlich ganz okay nicht schlecht so was habe ich denn da gerade gemacht bin ich bescheuert noch mal so ab ich möchte dass sie schaffen bevor wir hier abkacken das hat sich gereimt oh man da kommen ich will da durch ich will da durch ich habe ja gar nicht ja gar nicht schlägt und nein ist nein jetzt kommen oder doch doch die Kuppe oder oder ja und nach nein nein ich komme da bestimmt doch irgend nein ich will da raus ne okay ich versuche es noch einmal mach mal mach mal mal ein anderes Level nur das ging ja noch wenn ich mal hier durchkommen würde danke auch nein ich war oder leck mich was war denn das was war denn das ach egal ja da machen wir einfach mal Bottle Run 2 von Marzell 525 oh yeah okay ähm jetzt probieren wir das einfach mal na das war nicht so gut so gut ich mach das ganze noch einmal bis ich schaffe oh nein so knapp vom Ziel okay das geht doch klar das geht doch klar das geht doch klar und wir haben sogar ähm hier unterboten mit der Zeit wir sind voll gut und jetzt machen wir mal Neon Bottle Breaker mit mit dem hier mit dem fetten okay yeah das ist ja geil mit dem hier können wir alles durchcracken hier oh nein ist der Kopf ab aber unsere Karre ist wahrscheinlich schon ins Ziel gefahren noch einmal probiere ich es Monstergar aus dem Bild weil wegen professionell und so warte mal ich hab ja das geht sogar geil 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 ja jetzt wissen wir mal wozu der fette Typ gut ist und zwar um Bottle ich meine Flaschenwände zu durchtrennen machen wir mal GTA 5 Michael von Dark Knight 101 1 GTA 5 Part 1 Michael your mission is to wreak oh man ist schon so schnell weg this is the first part of a three part series show your support by rating von dem mache ich nicht ich bin ja kein total jerk face Typ der einen Account hat hey äh ähm ja in den Stripclubs mal geflogen ich will jetzt mal unbeschadet da reinfliegen weil das hört sich ja schon viel besser an unbeschadet da rein zu brettern anstatt hier total verstört so ich war jetzt ein bisschen langsamer und dann gebe ich jetzt ab naja unbeschadet war das nicht noch einmal ähm probiere ich das hier nochmal weil ich das jetzt schaffen möchte Dankeschön so lauf mich durch geht doch yo geschafft das läuft doch so jetzt machen wir mal 99,7% impossible von beyond button hope you enjoyed 7500 plays so was müssen wir denn da machen ich nehme es einfach mal den Fahrradfahrer und das war falsch dann nehme ich den den hier ähm und ich möchte jetzt auch noch mal mal ähm was fragen nämlich äh ihr könnt oder etwa ich möchte euch was sagen und zwar ihr könnt für das Let's Play mir auch ein paar Level machen die nennt ihr dann einfach Let's Mario Let's Mario äh Obstacle Kurs oder was auch immer äh könnt ihr ja gerne machen dann können wir hier mal in dem Let's Play eure Level spielen und ja wer findet auf jeden Fall mich selbst wieder ich komme da bestimmt irgend wieder irgendwie wieder ja 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 na komm schon so ich komme da doch äh dann nicht noch einmal oder solange noch nicht geschafft nein jetzt bin ich an meinem Sack aufgehangen ei oh ja oh nein ich hab mein Helm verloren ja im Englischen verkackt oder ja wir haben es geschafft oh ja unser Helm hat leider nicht überstanden aber wir haben dasselbe geschafft 3D Kurs und zwar jetzt noch ein Junge willkommen zu 3D Kurs und ist dort denn hier ah ja okay was war ab jetzt machen wir verkehrt Kerstin Lenz an so wie er von Jair die wirft Juts so wo das sieht ja schön aus das Level perfekte texture dual die hier schon sehr viel mühe hinter hier wir haben die wand durchsprochen wo man es macht man auch hier dann fett noch mal geht es und geholfen jährlich okay jetzt machen wir mal reino rainbow box escape von rino mcloven oh ja 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 ich muss mich hier so bis was ich hab nein ob ich muss das ja nein ich hänge mich da immer irgendwie auch jeder runter du ja ich lebe noch ich lebe noch noch lebe ich noch messer im arsch na geht er durch du fast die macht hier runter hier runter nein der lebt noch noch lebt er hat es geschafft man also und jetzt habe ich auch noch eine frage an euch und zwar welches projekt soll ich als nächstes machen nach mario kart 8 also nach dem nach den cups was soll ich als nächstes machen also ich hätte ein paar vorschläge für euch und zwar ich hätte da als erster sony colors das würde ich auch gerne selber let's play ich weiß noch nicht ob ihr das gucken würde was war das denn dann habe ich ja noch super mario bros donkey kong country tropical free super mario 3d world mario luigi abenteuer bau sagt was hat man denn noch schönes bis jetzt fällt mir ich gerade leider nichts mehr ein also schreibt man die kommentare welches spiel ihr haben wollt als nächstes projekt also ich tendiere ja zu sonic colors weil ist ein kurzes spiel also nicht wirklich kurz aber ist eher ein kurzes spiel im vergleich zu den anderen und ja stimmt doch da habe ich noch selder so in schweck hatte also die wird auch ist jetzt mal eure entscheidung was ich mache und da komme ich wieder hoch oder kann ich da jetzt nicht hoch oder geht doch ich kann da hoch oder nein nein ja nein ach komm schon ach leck mich doch ich will na gut mich wird es auf jeden Fall freuen, wenn ihr Sonic Kallas nehmt müsst ihr aber nicht, ihr könnt auch was anderes nehmen ach komm schon hab ich den einen Arm schon kaputt und auch nein, nein, das kann doch ne, ich nehme an anderen Typen vielleicht klappt das ja mit Timmy besser, wenn der dann auch wohl geht nicht, ne, dann muss ich auch mit dem Vater machen geht das dann mit dem Vater besser und, ja, es sieht doch schon besser nein, was machst du komm, ich muss mich irgendwo festhalten, bestimmt oder ich muss gewinnen, okay so geht es natürlich auch Epic Arrow Run von Black HC A2 so kann ich da durch Och ne, der will schon wieder diese dummen 5 Sterne da haben, ey die so ein nfm-gamer oh yeah und bäm, die fette schonmal gekillt, den kleinen gekillt, den Penner gekillt, den Daddy gekillt und mich gekillt so nochmal den Mann gekillt, die Frau gekillt was mache ich, nehme wieder die Hälfte von den Schwertern den Penner gekillt und den Vater gekillt so, na komm, nein bin ich tot so nein, na ich lebe nicht mehr und geht sterben alle wo ist jetzt, hier, wo bleibt das ist ein Schwert das ist jetzt weg hier fällt man noch halb raus, also achtet, wenn achtet, wenn ihr für mich Level macht, dass ich da nicht so schnell rausfalle weil das ist nicht so toll ähm Big Motor Jump von Get Wrecked King oh yeah yeah was macht man denn hier, oh yeah ach so, ich musste so also wenn ich eine Frage habe, dann ist es die, wie geht das ah ah so geht das doch klar ich bin weiter als Winner gekommen ich bin der Boss yeah ähm wer ist jetzt spart davon super happy lord äh 9000 to oh yeah ach nein ich musste immer am Anfang ach nein und geohnt und nochmal zurück und nein ich dachte, der kann das ich dachte, das wäre so ein Tatsam ach egal, klappt nicht schade Marmelade so try to win von Fresh Money ja 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 ich werde vorankommen ich werde vorankommen ich werde vorankommen und das war's ja genau alle Einzelheiten von dem alten Mann zerstören denn er ist Justin Bieber Fan zerstört ja so muss das sein und es geht nicht sorry, aber das geht nicht hm hm äh kille fett woman von GTA 4 1 2 2 2 5 und draus mit dem nimm die ich bin eher ich gestorben anstatt die fette so läuft das so läuft das ja so läuft das genau so das machen immer die männer bei RTL mit ihren frauen love oh yeah press äh ctr also steuerung ne und das war gut und das war gut mit slowdown no one it stopped love on my way take your time on this map slowdown Santa Santa oh yeah woran habe ich jetzt mein arm verloren nein ich bin tot not with my xy take your time on this map slowdown oh yeah die sind ja am geschäft erledigen don't move pogo von 1 5 5 5 7 8 19 jim oh yeah das gefällt mir also das ist geil ich muss echt sagen das sieht geil aus boah alter ich glaube das ist das beste don't move was es in unserem let's play je gegeben hat alter ist das gut respekt nicht schlecht will nicht wissen wie lange die person daran gehangen hat ja sehr geil das gefällt mir wo auch sogar auf der kante stehen geblieben sehr schön das gefällt mir und nach dem geilen level beende ich auch den part leider schreibt einen kommentar und vergiss die bewertung nicht wie immer halt schreibt mir auf den kommentar welche spiel ihr haben wollt als nächstes projekt ähm ähm dann würde ich mich mal sagen würde ich mal sagen bis dann hier happy weeks gibt's demnächst auch wieder tschüss hier hier hier